Tschau, oh, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. So, ich vermute mal, wir wechseln jetzt zu Kakashi, Choji und Ino und gucken mal, was wir gegen ihn ausrichten können. So, ich weiß nicht, was wir tun, was wir tun, was wir tun, was wir tun. Was? Das soll man erst mal sehen, Kollege. Solange ich noch nicht tot bin, ist noch nichts bewiesen. Wir sind bereit. Kakashi-Attacke. Gegen Hidan. Wir haben einen Neutralen und einen... Was ist das? Verteidigung? Choji? Was ist das Angriff? Also ich würde Choji eher für die Verteidigung nutzen, als für den Angriff. Ino kann eigentlich relativ gar nichts. Verbessert das Ninjutsu nicht einsetzbar. Ich gucke mal was. Okay. Das ist also ihre Fähigkeit. Kein sinnlos. Ich will eigentlich immer nur noch schnell sprinten, aber es wird eigentlich nichts. Alter. Was soll denn, Müll? Jetzt bin ich eigentlich mal nicht dran, ey. Jetzt komm her, Alter. Du wirst mir nicht ausweichen können. Komm her. Zack, Alter. Und jetzt. Komm her. Ich habe keinen Bock mehr zu spielen. Wir werden das sofort hier beenden, Alter. Jetzt komm her. Keine Chance, Arschloch. Dann haben wir erreicht. Einfaches hinter mal zwei. Dann müssen wir unbedingt mal beten gehen, denn nicht. Jetzt können wir nichts mehr Nünftiges. 69, 68, 2470, 2900. Jiraya. Mit 690.000 Sturmpunkte erreicht. Hilfshaber freigeschaltet. Check this out, bitch. Das war eigentlich generell viel zu einfach. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was noch kommt. Te oo тысячи. Ich muss noch was bleiben. Juni do sy间. BR Something. Der Hauptsache. Felszätt. forceivỗ. Genau, planze die Faykar. Ich machbar. Jetzt auf. Mein Torch. Dann ein bes staffer. Was mit dem Gehirn? Dann kann ich ihm einfach sein Gehirn plätten, dann ist es vorbei. Okay, wir müssen jetzt wieder mit Shikamaru gegen den Hidaren kämpfen. Oder müssen wir noch einmal gegen Kakusa antreten? Frage über Fragen. Das klären wir in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wann die nächste Folge jetzt ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schneide. Ich gucke nicht so wirklich auf die Zeit. Ich schneide es dann je nach Bedarf. Vielleicht werde ich es demnächst einführen, dass ich halt dann immer so auf die Uhr gucke. Nach 15 Minuten sage, okay, jetzt ist die erste Folge sozusagen jetzt Ende. Ah, wir machen bei Naruto weiter. Da ist es schon so, dass ich mich noch nicht erinnern muss. Das war's für heute. 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 Schikamaru ist bereit. So bereit wie noch nie in seinem Leben. Das erste Mal, dass er wirklich kämpfen will. Diesmal liegt es in seinem eigenen Interesse, einen Feind anzugreifen. Mit seinem schwulen Ohrring zusammen wird er das meistern. Kampf gewinnen. Alter! So, jetzt komm her, Alter. Was du kannst, kann ich schon lange, Alter. Du blöder Dreckssack. Komm her! Das kannst du sofort vergessen, dass du irgendwas gegen mich ausrichten kannst. Komm her, steh auf. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß mit dir. Scheiße! Weich aus, schön. Und jetzt schön auf die Fressleister. Hör auf, aus. Was ist denn jetzt los? Was? So, und jetzt will ich hier... Boom, Alter. Am Anfang sah es nicht gut aus. Am Anfang sah es echt schlimm aus für uns, ey. Ohne Witz jetzt mal. Uh! 76, 68, 2865, 3700. 695.000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. 700.000 Sturmpunkte erreicht. Ninja-Infokarte Nummer 57 erhalten. Ja, so macht man das. Und da ist...